Rechtsanwalt Klaus Kleinert in Feuchtwangen, Fachanwalt im Verkehrsrecht und Schwerpunkt Versicherungsrecht. Die Kanzlei zeichnet sich aus durch Flexibilität, Zuverlässigkeit und kurze Wege. Termine sind individuell auch sehr kurzfristig und bei Bedarf auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten möglich. Das Motto? Kooperation wenn möglich, Konfrontation wenn nötig. Trotz Spezialisierung werden Mandanten unter anderem auch auf dem Gebiet des allgemeinen Zivilrechts und im Arbeits-, Straf- und Familienrecht sowie im Erb- und Mietrecht vertreten.